Das menschliche Darmmikrobiom enthält über 100 Billionen Zellen. Seine Masse entspricht in etwa der des menschlichen Gehirns. 90% unserer DNA und über 3,3 Millionen einzigartige Gene sind in dieser biotischen Gemeinschaft enthalten. In Wahrheit sind wir mehr Bakterien als Mensch. Bei ihrer Forschung entdeckte das LoveBiom-Team, dass immer mehr Wissenschaftler das menschliche Mikrobiom als das Zentrum der Gesundheit bezeichneten. Von allen Konzepten, denen sie begegneten, blieb diese Idee am stärksten hängen. Wenn das menschliche Mikrobiom das Zentrum der Gesundheit ist, ist dies sicherlich das eine, wonach sie gesucht haben. Sie fanden heraus, dass Veränderungen im Darmmikrobiom einen direkten Einfluss auf jede Zelle und jedes physiologische System im Körper haben. Kelly, Sean und Cody waren wissbegierig zu erfahren, dass es eine direkte Verbindung zwischen dem menschlichen Gehirn und dem Darmmikrobiom gibt. Diese Hirn-Darm-Verbindung bietet enorme und wichtige Informationen über psychische Gesundheitsprobleme wie Schlaf, Stimmung, Depression, Gedächtnis und Auffassungsgabe. Die Botschaft wird größer, wenn wir erfahren, dass die Haut Teil der Gesundheitsachse im Körper ist. Die Darm-Hirn-Hautachse lehrt uns, dass es eine direkte Verbindung zwischen den beiden größten Mikrobiomen im Körper gibt. Darm und Haut. Ein gesundes Mikrobiom bedeutet ein gesunder Mensch, umfassende Gesundheit. Es geht um gut gegen böse, gute, lebensspendende und schützende Bakterien, im Gegensatz zu schlechten, schädlichen und zerstörerischen Bakterien. Die Anwendung dieses Wissens hat reale Auswirkungen auf Fragen zur menschlichen Gesundheit wie die folgenden. Gewicht, Schlaf, Stimmung, Gedächtnis, Depression und Auffassungsgabe, Energie, Training und Leistungssport, Immunsystem, gesundes Altern und vieles mehr. Die Ära des Mikrobioms hat eine Explosion wissenschaftlicher Forschung und Entdeckung hervorgebracht. Die Idee des Mikrobioms als Zentrum der Gesundheit im Körper wurde immer wieder durch Forschung bestätigt. Heutzutage ist Microbiome Health den Verbrauchern noch weitgehend unbekannt, obwohl Regierungen, Unternehmen, Forscher und Universitäten ein tiefes Interesse an Microbiome Health teilen. Aber es wird nicht mehr lange verborgen bleiben. Das Interesse wächst exponentiell und innerhalb von fünf Jahren wird die Gesundheit des Mikrobioms zu den wichtigsten Themen der Ernährungsgesundheit gehören, die online diskutiert und worüber in allen Medien berichtet wird. Die Gesundheit des Mikrobioms wird zum wichtigsten Faktor für Gesundheit, Ernährung, Genesung, Prävention und sogar Beauty. Das Format des Mikrobiom-Gesundheitsmarktes soll bis Ende dieses Jahrzehnts fast 90 Milliarden US-Dollar erreichen. LoveBiom widmet sich der Pflege und Erhaltung ihres erstaunlichen Mikrobioms. Sämtliche Produkte sind pflanzliche Lösungen, die drei Dinge tun sollten. Erstens, dabei zu helfen, jedes Mikrobiom mit einer reichen und vielfältigen Auswahl an notwendigen Bakterien zu besiedeln. Zweitens, Zunahme von Bakterien, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Drittens, Körper und Haut entgiften, allein mit der Kraft der Natur. Das LoveBiom-Team berief sich auf seine Leidenschaft für Pflanzen, um dies zu erreichen, und erinnerte sich immer an sein Credo, Pflanzen schenken Leben. Über 400 einzigartige Pflanzenstoffe aus der ganzen Welt wurden auf ihren Nutzen und ihre Synergie untersucht. Diese Erkenntnisse führten zur endgültigen Auswahl von mehr als 90 einzigartigen Inhaltsstoffen für das LoveBiom Daily 3 System. Das gleiche Verfahren wurde bei der Idee und Entwicklung von Postbiotic Body Soufflé verwendet. Jeder Inhaltsstoff in jedem LoveBiom-Produkt wurde sorgfältig geprüft und ausgewählt, um die besten Umgebungen für die Mikrobiome des Körpers zu schaffen. Die Formeln von LoveBiom verwenden Präbiotika, Probiotika und Postbiotika. Darüber hinaus konzentrieren sich die Produkte von LoveBiom auf polyphenolreiche Pflanzenstoffe, fermentierte Lebensmittel, nährstoffreiche Obst- und Gemüsearten, Verdauungsenzyme und mehr. LoveBiom hat eine globale botanische Reichweite. Alles um eine einfache Frage zu beantworten. Gibt es die eine Sache, die ich jeden Tag tun kann, um eine optimale Gesundheit zu erreichen? Die Antwort ist ja. LoveBiom ist die Antwort. Das ist die Marke. Die Marke, die diese Kategorie dominieren und eine tiefe Kundenbindung schaffen wird. Willkommen zur Ära des Mikrobioms. Das ist die Marke. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020